Hallo und willkommen zu Rock of Ages 2 zusammen mit Draza. In Rock of Ages geht es darum, mit einer Felskugel das Tor des Gegners einzureißen. Wir spielen den Kriegsmodus, das heißt wir beginnen einer Taktikansicht, in der wir uns gegenseitig die Strecke mit Hindernissen vollpacken. Danach geht's ans Rollen. Die Tore halten meistens 3-4 Treffer Stand und wer zuerst durch ist, gewinnt. Ja, und da sind wir auch schon im Spiel. Wir spielen hier beide mit dem Medusa-Felsblock, aber jeder von uns hat andere Einheiten gewählt. Ich habe mich für die Feuerwerkskanode, das Windmühlen gebläse, den Himmelsbullen, die Haftenden Kühe und den Turm entschieden. Und Draza hat irgendwelche anderen Sachen genommen, weiß natürlich jetzt aber, welche Sachen ich habe. Aber hey, Vorstellung ist wichtig. So. So unterschiedlich sind wir. Ach Gott, was zur Hölle ist das für eine Strecke? Das ist eine Strecke, die sieht mir nach gutem Weideland aus, muss ich sagen. Hier spricht gerade Felix aus dem Schnitt und ich will euch kurz erklären, was ich da baue. Ich setze direkt vors Tor ein paar haftende Kühe. Wenn Draza durch diese Kühe durchrollt, haften die sich an ihn und er kann nicht so viel Schwung aufbauen und entsprechend weniger Schaden am Tor machen. Danach setze ich ein paar Mühlen direkt vor die Schlucht, die Draza zurückstoßen und ihn in diese kleine Nische zwängen. Dann will ich einen Himmelsbullen platzieren, merke, da ist zu wenig Platz, setze also eine Feuerwerkskanone. Die schießen Raketen in die Luft, die Draza in der Luft aufhalten können. Danach versuche ich noch ein paar Mauern zu bauen, dass er noch weniger Schwung aufbauen kann und setze noch ein paar Kühe direkt vor die Mauer und platziere vor die Kühe auch nochmal eine Mauer, so dass er nicht an den Kühen vorbei rollen kann, sondern im Grunde nicht sieht, was dahinter liegt, durch die Mauer rollen muss, vielleicht ein paar Kühe abbekommt und so super wenig Schwung bekommt, dass er hoffentlich kaum Schaden am Tor macht. Ich setze meistens am Anfang immer direkt Sachen vors Tor, dass er da nicht so viel Schaden machen kann. So, genug geredet, wieder zurück ins Video. Ich glaube, der Medusa-Felsblock, der konnte nichts irgendwie Besonderes im Vergleich zu anderen Kühen. Doch, da sind Soldaten drin, die noch irgendwas machen. Achso, ja, gut. So genau habe ich es mäßig durchgelesen. Aber was die machen, diese Soldaten, das kann ich dir nicht sagen. Die rollen in erster Linie. Brüggeln die dann nochmal mit auf das Tor ein? Oh Gott, ist hier doch schon los. Ich glaube nicht. Hast du schon alles gesetzt? Ja, tatsächlich. Ich habe genau das Letzte gesetzt in dem Moment. Ich sehe es schon hier. Gutes Weideland und Windmühlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bist du runtergefallen? Ja. Das ist aber schade. Aber wo bin ich jetzt? Ach, ich bin hier hinten wieder. Was? Das war doch ein Sprung. Bist du ja schon wieder runtergefallen. Aber nicht wegen irgendwelchen Sachen, die du gesetzt hast, sondern einfach, weil ich Kacke gemacht habe. Also, weil ich schlecht gespielt habe. Gut, das macht für mich keinen Unterschied. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich Brust, ne? Du hast doch wieder alles am Ende hingesetzt, oder? Ich? Mein Name ist Felix. Ja, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich bin einer von den guten. Ah! Wo bin ich denn jetzt? Hä? Wie komme ich denn da wieder weg? Na, komm schon. Ach, hör doch auf. Ja, an mir klebt gerade auch eine Kuh. Aber die ist schon wieder weg. Wie konnte ich dich denn... Scheibenkleister. Ich wollte gerade sagen, wie konnte ich dich denn noch überholen und fliege runter? Ja. Kamer, ne? So. So, jetzt habe ich Schwung und... Oh Gott. Dein Raketenturm hat mir eben tatsächlich den Arsch gerettet. Wirklich? Ja, sonst wäre ich nämlich einfach drüber gesprungen und wäre runter geflogen. Der Raketenturm wird gefeuert. Ich habe mich schon zerstört. Ja, super. Wo hänge ich denn gerade fest? Ach, da ist eine Kuh! Das Gute ist, ich bin schon eher durch, deshalb kann ich dich jetzt hier mit Blitzen nerven, ne? Ja, weiß ich. Weiß ich, weiß ich. Aber ich lasse mir die Kühe hier wegräumen. Du kannst ja dann da auch nichts Neues mehr bauen, ne? Ja. Okay, gut. Willst du wirklich die Zeit nehmen? Nein, aber die hat sowieso an mir geklebt. Deswegen musste ich irgendwas machen. Ja gut, das stimmt auch wieder. So. Okay. Ah, ich sehe schon. Ich mache mir jetzt hier die Trasa-Taktik. Kenn ich nicht. Den Anfang vollbauen. Ach, ich habe schon kein Geld mehr. Das ging aber schnell. Ja, ja, das mit dem Geld. Du musst endlich die verdammte Goldmine freischalten. Wie lange dauert das? Naja, ist ja, ich weiß gar nicht, ob Sven... Oh nein, ich sehe schon wieder hier deinen... Noch... Ne, die Kühe waren schon, ne? Nein! Oh, ist aber schade. Die ist gerade an der falschen Ecke festkleben geblieben, ne? So. Nein. Ich wollte noch verlangsamen, ne? Gibt es irgendwie extra Geld, wenn man da trifft? Ne, eigentlich nicht. So als Belohnung? Wenn man trifft? Ne. Du machst mich aber ein bisschen kaputt. Und das heißt ja im Umkehrschluss... Ah, das macht Schaden! Ja. Okay. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass ich kaputter werde. Oh, komm, komm. Der kommt gut. Diese Kühe. Ja, deine nerven mich auch. Echt? Naja, ich versuche die halt alle zu... Ja, die Windmine war da totaler Mist, ne? Die waren schlecht platziert. Du kannst da einfach dran vorbei, oder? Ja. Ja, aber das war auch eher Glück, dass ich da direkt so dran vorbei bin. Ja, naja. Ne, wir nennen es Skill. Mensch. Wie sind hier die Pros? Das war einfach Skill. Ah, zu langsam. Ja. Zu langsam. Hat er getroffen? Nein, aber wegen dem Ausweichen bin ich runtergeflogen. Nice, immerhin. Da baut er wieder was. Nein, 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 nein. Das wäre ein Himmels... Das gäbe ich trotzdem weg, oder? Das wäre ein Himmels-Bulle gewesen. Ja, das wäre ein Himmels-Bulle gewonnen. Feels bad. Na, 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 na. Oh, ja. Die Kühe werden... Oh Gott, wo geht's denn hier weiter? Da geht's weiter. Ah, und da sind gerade Soldaten raus. Hä? Oh Gott. Ich komme doch niemals da rüber. Doch. Oh, bin ich froh, dass ich die Kühe vorhin kaputt gemacht hab. Ja. Das war eigentlich gar nicht mal so dumm, das stimmt. Das war schon sehr clever. So, du hast aber mehr Schaden gemacht, dass du angekommen bist. Vielleicht hätte ich mehr Schwung? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, ja. Hä, du hast dir nichts kaputt gemacht. Wo zur Hölle rollst du lang? Wie? Ich habe nichts kaputt gemacht. Äh. Ja, ich nehme natürlich die Abkürzung. Ja, aber... Weißt du, da denkt man, man kann noch mal den Hüpfer machen, ne? So. Noch hast du hier nichts Neues gebaut? Ich glaube, ich habe Glück und komme durch. Nein. Weißt du, da will man einmal den Schwung mitnehmen. Einmal. Ja? Wird doch erlaubt sein, oder? Nein. Verboten. Ab ins Gefängnis. So, wo ist er denn? Elefanten hat er. Okay. Kühe, Elefanten. Was hat es denn noch? Himmelsbeam? So, erstmal die weg. Okay. Nein. Das dachte ich mir, dass sie jetzt blitzt. Oh, was? Deine Elefanten haben mir so... Oder irgendwas hat mir sehr, sehr viel Schaden gemacht. Na, ich will hoffen, dass es die Elefanten waren. Die sind teuer genug. Du, ich komme mit einem Mini-Ele... Also mit einem Mühe leben an, ne? Ich habe jetzt sehr wenig Schaden gemacht. Das hat mir wahrscheinlich jetzt das Tor gerettet. Ja, ich denke auch. Gut gemacht. Na los, spring, spring, spring. Na? Hm? Hm? Nein, ich kann keine Kühe mehr bauen. Oh, das ist ja schon... Oh, verdammt, jetzt stop es in dem Moment, wo ich springen soll. Kann ich hier noch da? So, wo rollst du denn lang? Ausweichen, ja, schön. Die sind eher nützlich. Ja, die bremsen ganz gut, ne? Ja, ja, aber... Nice. So, und... Du hast einen... Der hat dich nicht festgesetzt. Nein. Ich war die ganze Zeit in der Luft. Schweinerei. Na komm, durch die Wand wirst du doch noch kommen, oder? Ey, was? Ich war hell beim Windrad. Das ist, das ist... Ich werde hier schon... Oh Gott. Ich werde hier schon wieder von allen Seiten betrogen. Ja, frag mich mal. Ich rolle hier runter und dann zwei Kühe an mir kleben, ne? Warum wirst du denn da schon wieder runter? Kühe. Ah. Das war gar nicht so schlecht. Die Kühe halten mich gut auf. Ja, ich hab gehört, die werden jetzt schlecht. Ja. So. Oh. Nein, nein, nein. Du bist doch schon wieder hier. Okay, diesmal rolle ich nicht die Abkürzung. Na gut, du hast eh... Denkst du, das wird was? Nein. Bam, bam, bam. Nein, jetzt geht... Wollen die nicht mich mal in Ruhe lassen, die Kühe? Au. Ja, das... Wie viele Kühe kann bei mir kleben, ne? Das rettet mich aber alles. Ja, das hab ich mich auch schon gefragt. Schaff den Sprung doch. Aber ich glaube, dein Ball braucht noch einen Weichen, oder? Nein, nein, das ist gleich fertig. Ja? Ja? Dann soll ich dich jetzt schnell fertig machen. Du solltest dich beeilen. Ja, definitiv. Na gut, gut gespielt trotzdem, ne? Na gut, hier kommt jetzt noch eine zweite Runde ran, wo wir mit einem anderen Block spielen, der ein bisschen, ja, anders ist als die Kugel, aber seht selbst. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon im Spiel. Wir haben uns jetzt hier für den Block der Zeitalter, die Himmelsbullen, Türme, Krieg... Also gut, Mist, ich erklär dir eigentlich gerade nur, was ich für Sachen genommen hab. Du sagst du gerade, was du hast, ja. Ja gut, ich hab Himmelsbullen, Türme, Kriegsschiffe, Windmühlengebläse und Feuerwerkskanonen genommen. Fünf Sachen, Draser hat auch nur fünf Sachen, die er zur Verfügung hat. Naja, mal sehen. Jetzt weißt du natürlich, was ich setze. Er kann mir natürlich andere Sachen in den Weg setzen. Ja, haa. Aber wir versuchen jetzt mal dran. Also, ich kann ja so nett sein und dir sagen, was ich benutze. Lass es eine Überraschung sein. Okay, alles klar. So. Los geht's mit der Taktik-Phase. Ich kann das schon gar nicht mehr. Kannst du das nicht mehr? Man muss halt, das wisst ihr wahrscheinlich, das wisst ihr natürlich nicht, wir haben aber schon mal für jeden zwei Folgen aufgenommen, aber bei beiden Folgen gab's Probleme. Bei mir war Traser zu leise, bei ihm war, was war da nochmal, da war deine Facecam über allem drüber, ne? Ja. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ja. Hier ist wieder Felix aus dem Schnitt und ich erkläre euch, was ich baue. Am Anfang setze ich ein paar Windmühlen hin. Hier ist so eine große Schlucht. Wenn er den Sprung knapp schafft, dann schubst ihn die Windmühlen vielleicht wieder zurück. Wir spielen mit einem quadratischen Block, der nicht so gut springen kann. Also sind solche Windmühlen an solchen Schluchten ziemlich gemein, weil er dadurch den Sprung im Zweifel nicht schaffen kann. Weil ein Viereck, ihr werdet es sehen. Das ist nicht so leicht zu lenken. Genau, ja, die Windmühlen habe ich gesetzt. Oben links seht ihr übrigens das Gold. Ich habe noch 675 Münzen übrig. Könnte also jetzt vielleicht noch einen Himmelsbullen setzen. Überlege dann aber, dass ein Luftschiff cooler ist. Das Luftschiff kann Kanonenkugeln schießen, die Leute zurückstoßen. Also die uns zurückstoßen. Habe aber dafür nicht genügend Geld. Also entscheide ich mich dann kurzerhand dafür, wahrscheinlich noch ein paar Windmühlen zu setzen. Irgendwo auf offener Fläche, die ihn zurückstoßen. Damit er da nicht durchkommt. Wir entdecken übrigens gerade, dass man auch auf die Map des Gegners schauen kann. Und dann grob sehen kann, was der andere baut. Aber nur dort, wo man es halt sehen kann. So, zurück ins Video. Also ich sehe, dass du hier eine ganze Menge Windmühlen gebaut hast. Also du siehst aber nicht alles von meiner Map, ne? Du siehst nur ein Teil. Ja. Siehst du, dass ich ein paar Windmühlen... Wie viele Windmühlen siehst du? Siehst du zwei? Ich sehe hier zwei und hier vier. Sehr ruhig. Okay, geht los. Oh, da geht es ja schon los. Oh Gott. Oh Gott. Man muss auch sagen, der Block der Zeiten oder der Zeitalter, der ist halt auch, oh shit, ziemlich bescheiden. Ja. Das trifft es ganz gut. Oh Gott. Schaffst du es? Aber er rollt tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Er rollt besser, als ich gedacht habe. Er rollt richtig scheiße. Ja, ich habe gedacht, dass man da jetzt so quasi Seite für Seite denn irgendwie vorwuchten kann. Ja, das Ding ist, du kannst mit dem nicht wirklich springen, weil das ist halt so unvorhersehbar, wann du halt den Hüpfer machst. Ah, dafür hast du also die Windmühle gebaut. Ah, shit, du bist durchgekommen. Oh Gott, ja, ich sehe das Problem. Oh shit. Ich glaube, ich glaube, die Map ist richtig bescheiden für diesen Block. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Ich würde gerne springen, aber in dem Moment, wo ich springen müsste, hat er keinen Bodenkontakt. Das Ding ist, sobald er einfach schnell rollt. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und ich sehe es bei dir. Das geht wirklich nicht. Guck, warte. Bis hierhin roll ich noch. Warte. Ich roll mal langsamer. So. Und jetzt stoppt er und ich komme nicht an die Kante, wo ich springen müsste. Das ist Schiebung. Meinst du, schaffst das? Alter. Jetzt. Hatte ich nicht genug schwungen und bin doch da drüber gekommen. Ja, frag mich mal, ich wurde gerade zweimal von deinen Kanonen zurückgeballert, ne? Ja, ist doch gut so. Der Himmelsbulle friert mich in der Luft ein, ne? Mhm. Oh, ich bin drüber. Oh, ich hatte vergessen, dass ich da Windmühle gebaut habe. Äh. Oh, Mann, ey. Ich werde da halt niemals drüber kommen. Ich verstehe, ne? Ich will nicht sagen, aber ich rolle gerade auf dein Tor zu. Ah, gut, dass du sagst. Ja. Schön. Ich bin stolz auf dich. Ich fall hier mal so rum. Ja, fall mal, ne? Oh, du bist so seitlich, ne? Ja. Jetzt kannst du ja noch Blitze machen. Warte, ich hab ne Idee. Ich baue was hinter dich. Vielleicht gibt dir das den nötigen Schubser. Boah, jetzt. 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 Nein. 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 Nein, das ist sehr schön. Das ist unfassbar. Ich komm hier nicht. Doch, du bist drüben jetzt gelandet. Okay. Ich würde an deiner Stelle ja alle Windmühlen wegmachen, die du dort sehen kannst. vergiss es so also wir können ja direkt hinter die direkten neue wenn das war das mal es ist das gebaut hat habe ich mich schon so ein bisschen schlecht gefühlt aber jetzt das geschafft respekt so scheiß auf das tor ich muss jetzt schluss ich habe sowas von keine lust wenn du es dann schaffst du mir dann zehn windmühen hin jetzt ich habe leider keine windmühlen dabei dankeschön es ist ein viereck und ich habe dich vorgewarnt ja ich komme hier halt nicht vorwärts es geht definitiv nicht und sprung oh jetzt habe ich es direkt geschafft ich kann halt noch nicht mal meine verteidigung ausbauen weil ich hier schweiß ich weiß ich habe noch genau so ein millimeter gesundheit ja ich sehe es ich sehe dein lebensbalken auf der karte während ich schon wieder auf den tor zu so da roll ich jetzt auch mal drauf zu bei meinem glück macht er jetzt irgendeinen dummen schlenker und ich bin jetzt gerade wirklich vorbeigerollt ich will nicht sagen ich bin auch gerade das ding ist sobald er einmal mit schwung ist ist er eigentlich unlenkbar aber du verstehst jetzt warum als du das spiel zum ersten mal gespielt hast warum ich dir gesagt habe nicht mit dem blog alter ich verstehe ich will jetzt so also hast es geschafft ja ich habe mich halt warte mal ich muss meine verteidigung ausbessern ich habe die idee ich mache es mal nicht so fies du bist so gut zu mir danke warte mal ich habe eine ganz andere idee wie ich auch so ist worauf ich keinen bock habe auf deine ideen stell dich mal dazu an ja das stimmt du warst eine halbe stunde beschäftigt ich habe da eigentlich wirklich kein recht ich habe irgendwas zu sagen so ich will mal oh du hast sogar die zweiten windmühlen zerstört habe ich habe alles zerstört ja ich habe einfach alles zerstört weil ich nicht weiter wusste weißt du was das gute ist wenn du windmühlen zerstörst kann ich dann wieder neu platzieren du weißt ja man kann nur eine begrenzte anzeige ja das stimmt das war gerade so meine motivation so okay mein stein wird ist auch gleich wieder fertig ja meiner auch da kann schlecht mal irgendwas sinnvolles machen ich bin mal gespannt was du mir den weg jetzt gebaut hast ich bin mal gespannt ob es sinnvoll war ja mein stein ist irgendwie obwohl er so langsam ist denkt man sich okay der ist schon wieder zu schnell ne bist du schon zweimal in mein tor gerollt ja in der zeit wo ich jetzt einmal ich sage ja die windmühlen haben sich sehr gut aufgehalten nein spring doch spring 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 so verdient ja also ganz ehrlich in dem fall muss ich sagen ich habe es wirklich verdient also auf jeden fall habe ich das verdient so so wenn ich den tipp geben darf du solltest keine mauern vor die windmühlen setzen ja das habe ich aber dann absichtlich gemacht weil ich fand das so fies was ich da gebaut habe dass ich schlecht ein schlechtes gewissen habe deshalb ich mir gedacht habe okay ich setze mauern davor es ist zwar sinnlos aber ich denke mir da hat das spiel das spiel nie wieder mit mir ach das gibt es nicht ach da wo hängst du jetzt ja an deinen katapulten an deinem himmelsbullen katapulten haben mich einmal rausgeschossen weißt du denkst dieser block der ist schon so bescheiden zu steuern weißt du der hält wenigstens ganz viel aus aber nein sollte man meinen ne ja nein er hält nicht sehr viel aus aber er kann direkt zwei mauern hinten die hintereinander sind überspringen ne er kann echt krass springen wenn man es hinbekommt ihn zum springen zu bringen also ich frage dich soll ich es beenden oder willst du ja komm ich lass dich ich lass dich einmal ja ich überlege schon fast ich glaube ich nehme die runde als zweite runde na gut ähm ja dann mache ich mal jetzt hier die abmoderation und nehme die nächste runde als erste runde das war wirklich ein wahrer krampf na gut ja ähm ich hoffe euch hat es gefallen ihr könnt hier gerne fragen könnt ihr kurz anregen und den kommentaren lassen ähm schaut auch mal bei traser vorbei auf seinem kanal gibt es auch eine folge wo wir das spiel gespielt haben und dann würde ich sagen hören wir uns beim nächsten mal bis denn tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020